Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Giant Citizen Kabutu wenn sie für den verborgenen Eingang blablabla um zu schluchten blablabla wenn sie merkwürdig aussehen dürfen wir zerschlagen gut äh letztes Mal haben wir äh herausgefunden wie man Eier legt und wie man kleine Kabutus zwingt andere Lebewesen zu töten und deswegen können wir jetzt stolz alle Bäume um Rasen und jetzt eine was nochmal? Was suchen wir eigentlich verdammt? Wir suchen irgendwas Verborgene Was sind das die? Diese Wände sehen aber sehr seltsam aus Ähm, wie ruf ich die nochmal? Ich vergesse schon mal, wenn ich am Anfang ein Baby rufen auf zwei. Okay, hoffentlich ist es nicht wieder so ein Ultraschrei Nee, der ist noch auszuhalten Oh Die sind in Aufruhr Das war nicht so heftig, wie ich dachte, es wäre heftig. Egal. Ey. Einmal alles gepostet und so. So seid ihr So seid ihr Setz den mal auf So Ich nehme den mal Mach ihn einfach kaputt Mach ihn einfach kaputt Okay 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 Ja, es geht ja alles wieder Hier, friss den auf Hier, friss den auf Ich nehme den mal auf Das war so langsam Kann ich ihn nicht packen Oh Der wird Können wir das Wasser gehen und wir euch auf, natürlich Los, du tritt den hier auf Ja Ja, gut so Irgendwie muss er mal wachsen Ah, da hinten sind Wims und ich glaube nämlich, dass die Wims kaputt machen müssen So, ey Ja Ja Du sollst mal die Kaserne angreifen Ja Du kleiner Greif Wims an Und ich Zerstör einfach alles Los geht's Ja Ja Und Bam Waren und Wackene waren flukel Ouch um die Klinik noch mal um so als ganz groß wachsen man ist das es ist und es sind meine Babys alle mal herkommen er hätte wohl das die manchen die Kürzungen mann das ist ganz anders nicht wahr? So, jetzt muss ich mich eigentlich mal heilen. Hey, kommt her! Nein! Oh scheiße, ich hab ein Baby von mir abgeworfen. Wenn es aufhört, so aufs Rechtsweg zu drücken. Aber es ist immer so schwer, die Leute zu breiten. Da ist noch ein Ripper. Komm her! Lecker! Ähm, ja. Wir wollen da lang eigentlich gehen. Da ist noch irgendwas. Irgendwas hier. Oh, dann ist noch eine Kaserne, ey. Attacke. Wo ist der André jetzt hin? Du? Kommst doch auch mal. Da. Wenn du auf den da gehst. Alles kaputt machen, yay. Und verstampfen, vertreten, zer. Schlagen wir doch mal. Mann, das ist so ein abwechslungsreiches Game-Tücher gerade. Da weiß ich einfach gar nicht, was ich sagen soll. Uh! Friss den da auf, weil es cool aussieht. Um! Legger! Erss ihn auf! So cool. Okay. Gut. Wir laufen jetzt hier lang. Kommt mit! Einfach alle Bäume umwälzen. Wir sind hier doch richtig, oder? Sind wir richtig. Ähm. Okay. Wir haben die richtige Tür gefunden. Finden Sie die Säule aus Vulkan Gestein und schlagen sie in Stücke. Greifen Sie einen Gesteinsblock und werfen Sie auf Ihren nahegelegenen Kaserner. Okay. Mitkommen! Eine Säule aus Vulkan Gestein kaputt machen und auf Kasernen werfen. Seid ihr Kinder? Komm schon jetzt Ripper? Ne, hier sind... Oh. Hier. Weiß zu. Ich mach erstmal das hier kaputt. Komm! Oh. Mal kurz. Ehm. Pause machen. Und... Da wären wir wieder. Derzeit der Unterbrechung. Aber meine Wenigkeit wird überall im Land gebraucht. Und eben gerade hat mich äh, Barack Obama angerufen und hat gesagt, dass ich doch morgen früh die Brüche kaufen soll, weil er keine Zeit erführt. Und ja. So läuft das dann manchmal. Ey. Der ist einfach da trotzdem zertrampelt. Oh! Dickes Sonagviech. Komisches. Das ist cool. Ihr wisst schon, diese Dinger... Kann ich jetzt greifen? Ich will jetzt greifen. Ich will irgendwas damit machen. Kannst du's verbeißen?